Aber einen Schmied habt ihr schon. Noch dazu einen guten. Ich bin wegen meiner Leidenschaft für die Magie hier. Magische Studien, theoretische Magie, magische Verzauberung. Und mit ihrer Hilfe die Manipulation von Meisterwerken. Ich habe all das mit einem objektiven Blick studiert. Ohne Geheimnisse, ohne Ängste. Dadurch kann ich wie niemand sonst Regeln anwenden. Mit einer Ausnahme vielleicht, aber...